Willkommen Reisende. Wir befinden uns hier bei No Man's Sky. Ich habe den Planeten gewechselt. Das Portal hier ist gerade. Ich habe schon das, was wir letzt mal hatten, den Boden und die Wand eingezogen bis oben. Jetzt wollen wir für die Portalseite ein Dach machen. Dafür nehmen wir als Orientierungshilfe die Wand. Es ist nur die Frage, welches Dach nehmen wir? Weil Dachplatte, wie sieht die denn aus? Eine schräge. Okay, ist das hier auch? Dachplatte, ja, gibt es. Das wäre ja außen gut. Innen vielleicht ein Ausguck. Ein richtig flaches Dach gibt es nicht. Ich erinnere, so ein hohes Dachaufsatz. Der wäre ja für die Mitte gut. Aber was? Ein Hochdach. Ein Hochdach mit Licht. Ist das denn auf allen vier Seiten? Ja. Ha. Dann. Eine schräge. Welcher Höhe sind wir denn jetzt hier? Der Höhe. Machen wir so. Da dann. Das dran. Müssen wir mal probieren, ob wir oben drüber kommen. So. In der Mitte wollten wir. Ja, das ist doof, das geht. Wir könnten das hier in der Mitte. Ah, genau. Jetzt ist doch, ob auf der Seite offen oder nicht. So. Ah, das geht dann nicht. Aber wir können so machen. Und so. Herr Gott, warum ist das? Woran Schweiß? Welche Farbe haben die Dinger denn? Ich würde erstmal die Farbe anpassen. Das haben wir gar nicht. So. Welche hatten die? Auch nicht die richtige Farbe. So. Wir hatten doch hier eine da. Dachschräge. Kann man damit... Oh, ja, kann man. Warte, welche Farbe haben die? Ah, die haben jetzt hier... Herr Gott, warum ist noch ein Platz zwischen? Okay, das geht nicht. Dann müssen wir... Können wir mit... ...der nach unten bauen? Ah, so. ja die sind wenigstens verbunden aber wird das Gebäude ja viel zu klein also das kommt wieder weg was für ein Scheiß ach die hüpfen wir in einer Tor rum ich bin gewundert was hier so ein Krach macht also so dann kommt das da hin dann kommt da so eine Schräge hin aber nach unten so genau dann so das ist jetzt etwas komplex zu bauen nein da ja genau so ja das ist doch cool also irgendwie glaube ich wir sollten uns vielleicht oben drauf stellen viel einfacher wie weit eigentlich ist doch irgendwie ein zu viel oder ja nee so müssen wir nochmal gucken das Ding ist hinten offen also kommt das weg und das wird dupliziert hier dran gesetzt so gucken das könnten wir eigentlich hier auch nochmal einmal ach nee da geht das nicht da fehlten aber warte mal hier ist das ist eine Treppe in dem Ding schon wieder das geht ja eh noch bis hier hoch also muss man einmal ins Gebäude gucken also hier ist eine Treppe so aber wir können jetzt aber hier keine Bio-Kuppel dran bauen eigentlich die Treppe hier rein bauen müssen wir aber hier noch einen hinsetzen also Treppe da das geht nämlich nicht weil hier keiner drauf steht so kommt da einer hin Treppe hm da war es räumt ja Gott geht doch so und dann geht die Treppe bis da also müssen wir den hier dann breit bauen so und hier können wir dann warte die ist da so nein so kann man da dann durchgucken nein cool okay 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 so jetzt jetzt wollten wir den da publizieren können den hier dran setzen und zwar so weit können dann da hin und da hin wir können den gar nicht bis nach ganz vorne dann hat es da ein Loch also der muss weg aber wir können mit denen abschließen so also der da weg der da hin ja das ist doch cool so dann da noch einer hin das duplizieren erst das da entfernen jetzt duplizieren so jetzt haben wir ja genau also das dach ist gleich fertig das wird dupliziert so können wir das dach zumachen so jetzt haben wir auf der portalseite ein dach so mal 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 jetzt mal hier von der seite gucken so oder hier auch ja da Wind auch oder so 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 jetzt können wir da schön noch reingucken und vor allem man kann auch gut rausgucken hat ein bisschen Tageslicht also da 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 so 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 dann haben wir jetzt also die Wand kommt gleich wieder weg logischerweise das war ein schönes Dach und zwar bis hier dann gehen wir mal eine Etage mit runter bis noch da da kommen dann noch Deckenleuchten hin so jetzt wollen wir mal schauen da können wir dann jetzt dann gleich mehrere Etagen einziehen das ist wunderbar das ist wunderbar und zwar werden wir ja also andere Leute sollen natürlich da auch hinkommen irgendwie jetzt kommt vorne eine Tür hin und Landeplätze kommen oben aufs Dach wo wir ja immer noch nicht wissen wie wir hochkommen also von unten werden wir dann mit dem Teleporter hochkommen da wollen wir noch nicht wissen wo wir den hinstellen also wir könnten ja irgendwie muss man ja jetzt hier wieder rauskommen wenn wir hier eine Tür hin machen brauchen wir dann ist natürlich vielleicht doof wollen wir das hier machen wie viele Treppen brauchen wir da dann ja hat natürlich dieselbe Steigung also Neigung wie die Treppe aber wir könnten ja natürlich bis runter ins Gebäude führen lassen wenn wir hier noch ein Würfel hinbauen dann die Treppe zwischen zwei Wänden verstecken ja das hört sich ja voll gut an so also das kommt weg das kommt weg und die Tür kommt weg der wird dupliziert und zwar noch hier so jetzt kommt da nicht warten den will er auch immer nur in eine Richtung bauen warum will er ihn da hinbauen zeitlich aber nicht ah ausgedrängt jetzt mal sehen geht nicht keine Tür so so Treppe da kommt dann eine Wand hin gucken müsste von der Bodenplatte her ja funktionieren also wir nehmen was haben wir hier für eine Bodenplatte liegen eine große und da auch also irgendwie eine Tür die 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 aber die hat kein Fenster die hat wenigstens so so aber es wäre ja eigentlich eine Außentür wenn wir da erst noch ja das geht nicht hm also eine Wand eine kurze Wand und hm egal gehen erstmal hoch so hier könnte man noch noch sonst wo gehen eine eine Bio-Kuppel noch eine Bio-Kuppel noch eine Bio-Kuppel ah da können wir nirgends anpflanzen haben keinen Strom was zum der Trick war ja cool so 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 oben drauf die Treppe ist genau da wo ich stehe muss aber da auch eine hin haben wir gerade gesehen dass ich einfach gegen die Decke gelaufen bin so warte mal fehlt er jetzt ein Würfel? nein aber eine Treppe ne doch fehlt ah so 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 und jetzt eine Treppe so so Boden so der ist jetzt nur einen breit den machen wir zwei breit so zwei breit und zwar ja da fehlt einer so jetzt muss da erstmal hier die Tür weg so 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 ach guck mal das ist da oben so 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 eine Bodenplatte dann muss hier noch ein Würfel rommen so 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 da hinten auch noch so so ja jetzt wäre hier natürlich die Tür gut Tür 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 ist ja nur damit nur mit der Baukamera rauskommen so so dann kommen jetzt wo bauen wir also die Bio-Kuppeln reichen müssen das heißt auf die Seite muss noch einer so so da bauen wir ja normale Decke rein so und hier oben dann Flugfelder Flugfelder müssen noch mal sehen wo bauen wir die vielleicht direkt wie weit geht denn das noch außerhalb des Gebäudes so 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 dann kommt da ein Glas da drüber nein daneben so so bis hier oder da machen wir warte mal alle die falsche Farbe so 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 warte mal mal gucken hey wie nichts zum duplizieren duplizieren sagt er da da die wand hinbauen hm nichts zum duplizieren sagt er so so wie gesagt das neue Orientierungshilfe wo ist er wo ist er denn wo ist er denn so 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 keine keine Farbe ausgehöhlt hm so können wir gleich wieder entfernen wir müssen noch einmal hier rüber kommen so so sieht er jetzt nicht so aus da da schließt es ab hier nicht hier nicht naja kann auch nicht ne ich hab die wand falsch gebaut num ach also st die Wand rüber ein ganzes feld da muss denn so jetzt aber oder was zum hänker ah ja genau jetzt hier eben irgendwann da eine decke also lass mich da noch einen draufsetzen so wer ist noch mal objekt zu nah hier zu nah so was zum hänker soll das denn jetzt cool jetzt die deckenplatte hier drinnen also nochmal probieren so wo haben wir die bodenplatte jetzt gebaut da mitten im dach so wir müssen noch ein stück rüber aber das geht doch gar nicht hier ist auch eine lücke warum hat denn das da drüben geklappt da haben wir keine würflinge gebaut also zumindest nicht also oben nicht so dann kommt der würfel mal kurz weg aber wir können da nicht es ist ja nicht viel das fehlt ja gut wir müssen das so machen also die kommen wieder aus dem gebäude raus so ja dann müssen wir wir haben auch keinen schräg und schräg 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 so hängt das alles im gebäude hm ja aber von der seite hier wird es auch nicht funktionieren oder da oder wenn ich das da mache so so mal gucken mal gucken ja ne die gucken dann in den würfeln raus und weiter drüben ist er auch nicht oder ist er auch nicht oder ach naja jetzt der abstand ja noch größer zwar hier hinten nicht weil er zur hälfte in der decke steckt aber ja das ist ja doof müssen wir doch von der seite hier machen super wo habe ich die jetzt hingesetzt ich habe was platziert ah da hinten so also so die nehmen wir gleich wieder weg so zwei die kommen wieder weg so dann müssen wir das jetzt so machen und vorne und die anderen dächer so kommen hier hier wo hin so die wo hin dann hinten jetzt που d. r zwei d hier die 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 das die die Schade, dass es keine Doppeltür gibt. Oh, naja. So. Ja, jetzt die Frage, welches Fluchfeld eigentlich hatte ich gedacht? Ja, ist der super doof. Wir bauen ein paar von denen. So. Und dann. Boah, wir sind viel zu tief. Ah. Warum sind wir so tief? So. So. so so hatte ich gedacht davon bauen wir uns hier mehr rein müssen wir sehen kommt man da gut raus oder müssen wir da echt ah wir können die einbauen das ist doch schön so wir gehen mal oben drüber so wunderbar kommen wir rein das ist noch cool das ding steht jetzt logischerweise zu nah aber ich wollte nur verdeutlichen wie wir uns die hier hinstellen wollen da wir jetzt draußen sind können wir auch weiter bauen das werde ich euch das werden wir dann gleich also morgen in der nächsten Folge alles erledigen aber dann habt schon gesehen sollt ihr so in den Fußboden einlassen dass man nur das coole Muster sieht und dann müssen wir ja noch die Wände also die provisorischen die kommen ja wieder weg und dann müssen wir noch ups hier Wände Etagen und alles Tür damit alle anderen auch rein können die rein wollen Strom müssen wir noch suchen aber wir haben schon gut was ich schaffe die provisorischen Türen kommen natürlich auch wieder weg das sieht auf den Anfang schon nicht schlecht aus gut dann bedanke ich mich fürs Zuschauen wenn ihr Spaß hatte und nichts mehr verpasst wollt gerne abonnieren oder liken sonst bis zum nächsten Mal vielen Dank und einfach